Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zu einer kurzen Breaking News. Also ich habe euch ja mal erzählt, dass ich euch sagen werde, wenn ILL Games ein neues Spiel produziert und aktuell scheint das wohl auch zu sein. Und zwar soll am 30.08.2024 dieses Game hier rauskommen. Ja, ich habe japanische Software rüberlaufen lassen und versucht das Ganze zu übersetzen. Irgendwie steht da oben wohl Sommerpaket. Was das ist? Keine Ahnung, frag mich bitte nicht. Ähm, es ist wohl keine Erweiterung zu Honey Select. Äh, Quatsch, Honey Come. Es ist wohl ein eigenständiges Spiel, was ich wohl mitgekriegt habe. Ähm, oder es ist, ich habe keine Ahnung, ob es eine Erweiterung ist, aber ich glaube nicht. Denn wir werden uns gleich mal einen Trailer ansehen, der auf der Internetseite von ILL Games läuft. Und ja, das sind schon mal ein paar Girls-Ausschnitte drin. Und den Trailer werden wir gleich mal ein bisschen analysieren und mal ein bisschen genauer hinzugucken. Ich kann den nicht komplett ausstrahlen, das wisst ihr ja sowieso, wenn nachher die Age-Scenes alle kommen werden. Aber wir können uns schon mal den Anfang so ein bisschen ansehen. Plus dazu werden wir uns noch die Characters ansehen, die da aktuell bei sind. Lasst uns erst mal in den Trailer reingehen. Ich muss dafür ein bisschen vorsichtig runter skorren. Ihr kennt das Ganze ja bei mir. So, dann vergrößern wir mal einfach mal diesen Trailer. Und gucken uns mal das Ganze an. So, wie gesagt, gebt euch den Trailer mit mir zusammen. Und wir gucken einfach mal zusammen, was da dabei ist. Und wir sehen uns das jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal. 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 So, hier muss ich leider schon abbrechen, weil die restlichen Sachen werden danach nur noch die Age-Scenes gezeigt, kann ich euch gleich schon mal sagen. So, gehen wir mal ein bisschen in die Trailer-Analyse rein. Erstmal A, was man hier auf alle Fälle als erstes erstmal sieht, soll das Ganze wohl eine Stadt sein. Heißt also, so eine Richtung Rune-Girl mal wieder werden. Was mir auf alle Fälle gleich schon mal ganz am Anfang stark ins Auge gesprochen ist, war nicht die Größe des Hinterns und der Brust. Ja, ich weiß, da haben die meisten alle erstmal drauf geachtet, sondern diese Szene hier. Das wirkt irgendwie aktuell gerade so. Also, wenn wir jetzt mal gucken, wir sehen uns jetzt mal ganz kurz diesen Bereich mal an. Er hier hat einen Rundenpreis unten auf dem Punkt drauf. Das heißt also, entweder er ist der spielbare Charakter, den ihr aktuell gerade spielen könnt. Weil wenn ich mir hier so die anderen Bereiche alle gerade mal so ansehe, sind das Orte, wo du wohl entweder den Charakter hinleiten kannst. Und das wirkt etwas wie, wie hieß denn das Spiel, Artifactual School, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Ähm, das war ja damals auch so ein Game von Illusion gewesen, wo man den Charakter aus der 3rd-Person-Sicht einfach mal so durch die Gegend steuern konnte. Scheint wohl nicht gerade so aktuell der Fall zu sein, dass es ein, ähm, ein, 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 äh, Ding wie bei Roomgirl werden wird, wo man einfach nur die Sachen hin und her wechseln kann. Weil hier oben in dem Bereich würde man jetzt zum nächsten Bereich wohl kommen. Und scheint wohl auch, dass random mäßig irgendwie die Damen hier wohl vertreten und im Bereich wohl sein werden. Dann haben wir noch einen Timeskipper auf alle Fälle schon mal zu sehen. Das heißt, Freitag haben wir hier drin. Hier wird wohl wahrscheinlich die Map sein, die man aufrufen kann. Äh, das Symbol würde ich eher so heißen, dass du vielleicht jemanden herrufen kannst, so wie sie das vielleicht gerade aktuell macht. Ich habe keine Ahnung. Hier würdest du dich wahrscheinlich der Unterhaltung anschließen können. Je nachdem, wie das gerade aktuell so aussieht. Aber er hier, dass er schon diesen Kreis um sich herum hat, würde mich, äh, würde mir jetzt persönlich gerade so signalisieren, dass das wohl die spielbare Figur ist, die wir aktuell spielen. Na, wenn man sich mal das Trailer hier mal so ein bisschen genauer ansieht. Ähm, scheint wohl so, dass die Figuren wohl auch im Bereich hier hin und her laufen. Was relativ interessant ist. Wir müssen aber nur allerdings mal gucken, ob das sich auch ergibt. In dem zweiten Trailer hier aktuell sieht man es vielleicht noch ein bisschen interessanter. Dort haben allerdings schon zwei Leute einen Kreis drum. Einmal sie hier. Also könnte es vielleicht doch sein, dass die hier vorne einen leichten Kreis hatte. Schwer zu sagen. Auf alle Fälle sieht man dann im zweiten Bild auf alle Fälle einen zweiten Kreis. Einmal hat er wieder einen blauen Kreis drum. Und was weiß ich, was er da gerade hinten aktuell für, äh, Anfälle gerade am Toben ist. Ähm, und hier haben wir ja auch jemanden, der auch einen Kreis drumrum hat. Heißt das jetzt, wir können wieder mehrere Charaktere wieder steuern? Oder wie läuft das Ganze wieder ab? Hm, da wir ja noch als Room Girl das Ganze noch irgendwie noch im Kopf haben, dass man da auch mehrere Charaktere steuern kann, wo das Ganze nachher in einem visuellen Chaos geendet hat, war das ziemlich krank. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass das, äh, japanische Setting sehr schön eingefangen worden ist. Der Sonnenuntergang hier hinten sieht mal wieder sehr interessant aus. Ähm, auch wieder mal die typischen drei Dinger, die man hier so hat. Also für alle Leute, die jetzt schon Friede, Freude mäßig in der Hose am Wackeln sind, haltet euch noch ein bisschen zurück. Aktuell bin ich da noch nicht so... Der Trailer sieht zwar sehr interessant aus, aber ich bin absolut noch nicht auf den, äh, Hype-Trip mich da abholen zu lassen, gerade aktuell. Wenn das so ein Room Girl Teil wieder wird, habe ich die ganz dumme Befürchtung, dass das wieder ein bisschen scheitert. Nächste Szene, wir haben College. Also es sind wohl massig viele Bereiche zu sehen, wo man hingehen kann. Hier zum Beispiel sieht man auch wieder so einen Bereich. Das soll wohl wahrscheinlich ein Age-Bereich sein, den man aufrufen kann. Umsonst wedelt er nicht so hier, ich bin willig, nimmt mich alle ran. Na, ähm, hat das irgendwie so einen ganz komischen Gefühl? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ne? Ob da irgendwie was mit Dating oder sonst was alles richtig klar geht, oder ob das einfach nur, nimm sie dir, wo du sie haben willst, sei, äh, Sache ist. Ist schwer gerade aktuell natürlich aus den Trailern herauszulesen. Auf alle Fälle, was positiv aktuell aussieht, meiner Meinung nach, sind viele wechselnde Räume. Was mich aber an den Raum gleich ein bisschen schon mal komisch hat mich ausstoßen lassen, ist das, dass wir hier nichts auf der Seite hatten. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt diesen Bereich hier mir ansehe, ähm, den Bereich, und dann gehe ich aber auf, äh, den Bereich hier rüber, hm. Dann haben wir hier nochmal, können wir auch mal eine Trailer-Analyse mal laufen lassen, wie wir die ansprechen können. Ihr seht also, wir haben verschiedene Talk-Symbole zum Beispiel zur Auswahl, die wir mit denen gehen können, wo wir halt wahrscheinlich den Charisma aufbauen können. Aktuell steht der Status bei ihr auf 53%. Hm, also das ist ein Prozentualersatz. Wie schnell du den aufbaust oder sonst was alles, lass mal dahingestellt sein. Aber aktuell haben wir 53, äh, hat man hier in dem Spiel also 53% äh, beim Charakter wohl schon als Freundschaft drinnen. Hm. Könnte man auch unbedingt mehr in den Liebesbalken, aber gut, dann lassen wir mal es mit 53% einfach mal stehen. Charakter-Gestaltung ist mal wieder sehr gut geworden, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Sieht eigentlich gar nicht mal, sieht nice aus. Ähm, ja, Coming Home definitiv was drin haben. Dann haben wir ja hier noch einen Bereich, der neu dazugekommen ist. Das finde ich auch ganz nett, wenn man das bei dem Hintergrund so ein bisschen sieht. Das ist auch sehr interessant, wenn ich mir das im Hintergrund ansehe. Du redest mit ihr. Im Hintergrund sitzt der da rum. Da hinten kommt eine neue Szene eingefahren. Hier vorne haben wir dann eben halt so einen, das ist dieses, dieser, dieser Gartendurchgang, den wir vorhin aus dem ersten Teil, aus dem ersten Schnittabschnitt gesehen haben. Der hier ist. Erscheinend kommt man dann von hier aus in die Sektion dann hier rein. Wie es aussieht, unterhalten sich auch die Characters untereinander. Oder du kannst Mann oder Frau spielen oder was weiß ich, was alles in der Richtung her ansehen. Es sind Zeitwechsel auf alle Fälle drin, morgens, mittags, abends. Na, so wie das hier alles so gerade aktuell so aussieht. Ähm, was ich allerdings von den Age-Scenes gesehen habe, hat mich wirklich jetzt nicht gerade vom Hocker gehauen. Das sah sehr billig aus. Weil der Hintergrund bleibt gleich, ob es ein Tisch oder sonst was alles ist. Und dann gibt es da eine Age-Scene bei. Weil das sah richtig merkwürdig aus. Als hätte man sich dabei einfach mal gedacht, die komplette Scene einfach so laufen zu lassen und das Hintergrund gar nicht mehr zu ändern, dass wir auf dem Boden sind oder auf einer Bank sind oder sonst was. Oder eher gesagt, die Bank einfach mit so in den Hintergrund reingebeiert hat. Also, Vordergrund ist jetzt das, was ihr aktuell gerade seht. Das wäre jetzt eine Age-Scene gewesen. Da müsst ihr euch dann noch einen Stuhl vorstellen, der im Vordergrund noch ist. Und der bei der Hintergrund bleibt so gesehen gleich. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Da muss man auch mal ein bisschen nachgucken, was da aktuell gerade so los ist. Wie sich das wohl weiterentwickeln kann. Gehen wir mal auf die Characters. Man sieht mal wieder, dass es eine ganze Menge, diesmal mehr Characters auf alle Fälle gibt. Hier sieht man auch schon, wenn man wählt einen aus, der der Player ist. Ja, es gibt auf alle Fälle, wenn das das Maximum sein soll an Leuten, die da rumrennen wird, uff, wird das schwer schnell voll. Das muss man schon mal sagen. Das könnte schnell voll werden da drin. Das ist jetzt, was haben wir jetzt mit? Also, wir nehmen jetzt hier mal den Player raus. Wir haben 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 11, noch den anderen mit dazu. Also, 11 Leute plus unsere Player sind 12. 12 auf so einer Map. Ja, wenn die wirklich nur so klein ist, dann, wenn das nur die paar Bereiche sind, geht das. Wenn das aber nachher noch ein bisschen größer alles aussieht, dann hätten wir da doch eher die kleineren Probleme. Hier sehen wir den anderen Charakter, der sich mit ihr dann unterhält. Auch die Gespräche natürlich vertont. Dies und das alles. Alles okay. Kennt man ja nicht anders von Illusion. Schöner Ausblick war dann nochmal zu sehen. Meiner Meinung nach der Background hier. Der Schrein hier hinten, den fand ich sehr interessant gewählt. ist wahrscheinlich auch ein Ort, dem man dann nachher begegnen kann, wo man reden kann. Man sieht, hier unten leuchtet er auch auf und sie unterhalten sich hier am Schrein. Hm. Also bisher alles soweit. Hier ist es dann natürlich auch noch nachher eine Age-Szene. Deswegen habe ich euch gesagt, dass... Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, wie sie so in den Vordergrund knallt und der Background aber hinten so bleibt. Das haben sie bei Kalkatsu damals ganz anders gelöst. Da ist das alles in den Background mit reingeschwungen worden. Ihr versteht, wie ich das meine. Da war der Hintergrund auch gleichzeitig, aber auch Setting für den Charakter und nicht einfach nur ein Bild. Hm. Man muss gucken, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Natürlich haben wir mal wieder die ganze Palette an Leuten natürlich wieder dabei. Diesmal mal ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten, als wir es gerade bei Honeycomb überhaupt der Fall hatten. Äh, was wohl angeblich mit den, ähm, Charaktersystemen ist. Also welche Characters da aktuell dabei sind. Komisch, dass die Honeycomb in so einen Zustand aktuell jetzt lassen und sich jetzt auf das nächste Game vorbereiten. Hm. Merkwürdig. Wir können ja auch mal auf die Characters mal drauf eingehen, denn die sind hier. Wir können uns hier die ganzen Characters alle mal so ein bisschen angucken, wer was wie wo ist. Man könnte sich natürlich auch die Sounddetails anhören. Wir können ja mal in eine Reihen hören. Was sagt sie denn? Mh, mh, okay. Die zweite. Mh, die dritte. Also das hier sind die Age-Dateien. Braucht ihr gar nicht drauf hören. Aha, okay. Jetzt gehen wir mal in sie. Also die hier konnte ich jetzt nicht so richtig herausfinden, was sie jetzt ist. Ist sie jetzt typisch Schoolgirl-mäßig drauf oder so? Ich meine, ihr kann das Japanische jetzt auch nicht lesen, so wie ihr. Also wenn er das Japanische oder Chinesische lesen kann, viel Spaß dabei, dann kann er es auch unten nur übersetzen. Das habe ich auch schon mal gehört. Okay, klingt ein bisschen crazy. Ja, die klingt so ein bisschen von der Waffe weggelaufen. Und was haben wir hier? Das ist nicht Beusch, glaube ich. Ah, interessant. Hm, was haben wir hier? Da kommen wir mal einfach mal reinhören, würde ich sagen. Okay. Okay, komm, wir geben einfach mal die erste Line durch. Oh, das ist Shy, ne? Aber auch mal ein anderer. Aber ich höre andere Stimmen-Vibes heraus. Motherly. Wollen wir gar nicht mehr weiterreden. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Alles klar. Okay, aber was haben wir hier? Idol-mäßig, denke ich mal. Aha. Aha, okay. Und jetzt kommen wir zur letzten eigentlich schon. Ich bin mal gespannt, wie er klingen wird. Gut. So, mal sehen wir es. Er bringt gar nichts raus. Alles klar, keine Voiceline und er auch nicht. Da sind das die beiden spielbaren männlichen Charaktere und Parts, die man wählen kann. Gut. Ja. Interessant, 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 muss ich sagen. Ja, was haltet ihr davon? Aktuell. Ähm, ich persönlich halte mich jetzt noch ein bisschen stark damit zurück, ähm, hier was zu erwähnen. Ich sag mal, ich warte jetzt erstmal den 30.8 Uhr ab. Mal sehen, wann ich es dann in den Händen halten kann. Oder besser gesagt auf meinen PC installiert habe und mir das ganze Ding auch mal selber angucken kann. Ähm, ja. Ja, wir müssen halt gucken, wie das ganze Ding sich jetzt aktuell laufen wird. Ich sag mal, mit Honeycomb haben sie sich jetzt ja gerade nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ein interessanter Schritt von Honeycomb jetzt wegzukommen. Hat sich sogar gereimt, Honeycomb jetzt wegzukommen. Und jetzt auf dieses Game rüber zu gehen. Und mal, ich meine, ich mag die City. Das sieht alles soweit gar nicht mal so schlecht aus. Ich fühl mich jetzt aber, ich bin jetzt aber ehrlich gesagt nicht gehypt. Also ich bin jetzt nicht voll auf, boah, geil, so wie letztes Mal, wo ich das erste Mal mitgekriegt hab, dass Honeycomb jetzt kam und sowas alles. Ich bin überhaupt nicht so gehypt, weil wir wissen um die Situation, so ein Spiel zum Beispiel, auch bei Honeycomb haben wir jetzt die gute Wahl mitgekriegt. Das kann nur funktionieren, so ein Game, wenn die Mod-Community da mitmacht, ne. Ansonsten ist so ein Game einfach von ILL-Games zum Scheitern verurteilt. Es wird langweilig, es wird schnell innovativ, bröde. Es gibt kaum richtig was zu erleben dann. Man ist schnell alles durch, die langweilt die ganze Situation schnell. Room Girl war ja auch so entscheidend dabei gewesen, da haben sie es ja reingehauen. Du hast schnell die Characters durchgehabt, du hast schnell die Orte durchgehabt. Es war schnell langweilig geworden, weil du einfach nichts mehr richtig machen musst. Das System hat nicht ganz gepasst, dass du überwiegend die Leute nur dann spielen konntest, also besser nur die Haushalte spielen konntest. Du konntest dich gegen die anderen Haushalte nicht gegenüberstellen und sich treffen lassen. Das scheint hier gerade alles ein bisschen anders zu sein. Also mehr so auf Actical, Actical, ähm, äh, Dingses, wie heißt das? Actical Girl oder so. Dieses alte Schulgame von Illusion, das damals rausgekommen ist. So in den Drehraum würde ich das jetzt hier auch ungefähr einstufen lassen. Ähm, es wurde ja immer mal nach einem zweiten, nach einem dritten Teil davon geschrien. Das weiß ich noch, dass ganz viele Leute da unbedingt davon einen dritten Teil haben wollten. Mir, ich, ich habe langsam das Gefühl, dass ILL Games zwar die Schreie der Community hört und mit Honeycom, äh, ja, ein Honey Select mit, äh, mit Kolkatsu gemischt hat. Und jetzt nochmal ein Effektal, äh, Effektal, wie ist das Ding nochmal? Ihr wisst, was ich meine, ne? Also viele Honey Select oder besser gesagt Illusion Games können ja wissen, was ich meine. Ähm, das ist dann, ja, wenn das ist der dritte Teil oder der Versuch wieder sein, solcher Kolkatsu mit diesem Game-Genre zu paaren. Ähm, ja, solange die Mod-Community nicht mitmacht, wird auch dieses Spiel wahrscheinlich zum Untergang führen. Obwohl es diesmal mehr Girl-Auswahl gibt, muss man sagen. Aber das wird schnell abtrünnig und langweilig. Wir haben das sogar gesehen bei Honeycom. Das ist die Kleiderauswahl überschaubar, so durchsichtlich spröde. Die Age-Scenes waren unter aller Sau, meiner Meinung nach. Da haben so viele Sachen einfach überhaupt nicht gepasst, was echt schade eigentlich war. Ähm, ja, wenn die Modder da nichts retten, dann ist das Thema durch. Ich muss nicht ganz ehrlich leider sagen. Mal gucken. Wir lassen uns einfach überraschen. Am 30.08. sind wir, bin ich auf alle Fälle schlauer. Wie gesagt, ähm, ich werde mir das Ding auf alle Fälle geben. Ich werde mir das Ding auf alle Fälle angucken. Ich werde euch auf alle Fälle informieren, wie es dann gerade aktuell am Stand um dieses Game aussieht. Dass ich, wie gesagt, irgendwas mit, äh, Summer, irgendwas in den Dreh rum heißt das, glaube ich. Ähm, ich habe nur den oberen Teil übersetzen lassen. Das untere war so gekriegt, das konnte keiner übersetzen. Wenn das jemand weiß, bitte unten einfach in die Kommentare reinschreiben, wie dieses Game heißen soll. Auf alle Fälle wird es ein eigenständiges Game. Es wird unterteilt von Honeycom, meiner Meinung nach. Ja, 8.800 Yen. Ja, ist noch da, ist noch locker nebenbar eigentlich in der Richtung, ja. Ähm, warten wir es einfach ab. Ich wollte euch nur im Laufe informieren, wie gesagt, für euch, dass IRL Games jetzt das neue, im Sommer kochende Game am Brodeln ist. Wir gucken einfach mal, am 30.8. sind wir alle schlauer und, ja, wie gesagt, falls einige Leute fragen sollen, soll ich das Ding jetzt schon kaufen oder nicht? Ich würde erst mal abwarten und mir vielleicht das Gameplay bei mir ansehen, um zu wissen, ob das Ding wirklich was für euch taugt, bevor ihr die Kohle darin verballert. Ja, also wir sehen uns dann definitiv am 30., also am 30., 31. Ja, ich muss ja mal gucken mit Deutschland immer so mit diesem, ja, Japan ist ja immer ein raus. Und ach, dann, wie gesagt, musste ich auch gucken, wann die, weil eigentlich wird es ja viel japanisch teilweise manchmal entwickelt. Da muss ich gucken, ob es da jetzt eine, ähm, Dings es da mit gibt, eine Translation mit dazu gibt oder sonst was alles. Da muss ich auch noch auf die Mod-Community warten, die dann vielleicht eine Translation davon macht. Das ist dann immer halt auch mal so gegebene Sache, weil ich weiß, es gibt IRL Games, nicht nur die GP-Seite, auch die, ähm, Com-Seite. Aber da wird das Spiel zum Beispiel gar nicht angepriesen, da bleibt trotzdem immer noch Honeycomb immer noch dabei. So, auf diesem Wege wünsche ich euch allen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.